Moin Yachtdeute, Doktor. Heute in Dänemark in Broaga an einem sensationellen Schiff am arbeiten. Wir sind den dritten Tag hier. Es handelt sich um einen riesigen Katamaran. 20 Meter Länge. Ich baue hier mit Azubines Scheiben ein. Möchte ich euch mal demonstrieren, das Schiff. Eine der großartigen Aufgänge hier. Die Dimensionen vom Schiff sind wirklich gigantisch. 20 Meter Länge, locker 10 Meter Breite, zwei Steuerstände. Hier kommen wir auch schon unter das Zelt. Hier haben wir diese Fenster. Neu gesetzt, sind gerade am verfugen. Kleiner Blick nach innen. Das Ganze hat so ein Ambiente wie Raumschiff Orient oder Enterprise hier. Sehr schönes Ding. Gehen mal hoch. Hier kleben wir heute noch die Frontfenster ein. Geht hier los. Dreigeteilt. Da hinten Azubine. Hallo, grüß mal. Gruß von Yacht, Doktor.